Los Angeles, die Stadt der Engel und der Stars. 27 Friedhöfe befinden sich in der Stadt. Auf einigen sind große Hollywood-Legenden begraben. Bei meinem Besuch in L.A. habe ich drei der bekanntesten Friedhöfe besucht. Wir sind jetzt hier in Westwood und wir besuchen jetzt den Westwood Memorial Cemetery. Friedhof. Wie immer es sind, wenn wir auf Reisen gehen, Friedhöfe für uns immer ein Ziel. Und das hier, diese Reise, habe ich sogar mehrere Friedhöfe eingeplant. Denn hier liegen recht viele bekannte Stars, die ich jetzt versuche zu finden. Hier liegt Heather Rook, Klaus Poltergeist sowie Donald Dunn und verschiedene andere. Und Natalie Wood. Gegenüber war gerade ein Bücher verkauft und da habe ich gerade eine Biografie für Natalie Wood gekauft. Ja, ein absolut reiner Zufall. Das hier mitten in der Großstadt, hier, dieser kleine Friedhof. Lasst uns mal auf tote Celebrity Tour gehen. Übrigens ist es immer noch extrem heiß. Wir hatten heute mal das erste Mal Wolken, aber trotzdem immer noch über 30 Euro. Sehr friedlich hier, mitten in dieser hektischen, lauten Großstadt. Umringt von Hochhäusern hier, dieser kleine Friedhof. Und hier sind die Krücken und ich weiß noch nicht genau wo, aber irgendwo hier liegt Marilyn Monroe. Ich vermute mal, dass Marilyn auf jeden Fall Blumen an ihrem Grab hat. Und ich habe direkt Heather Rook gefunden. Eigentlich tatsächlich nur zufällig. Heather Rook, natürlich bekannt, aus Poltergeist viel zu früh gestorben. Ich glaube mit 13 Jahren. Aus dem Poltergeist-Film 1, 2 und 3. Hier liegt auch irgendwo Dominic Dunn, die im ersten Teil ihre Schwester gespielt hat. Die ist ein paar Jahre älter geworden. Ich glaube Anfang, Mitte 20 und wurde von ihrem Freund ermordet. Heather Rook hatte, ich glaube sie hatte, es war es mit dem Magen. Ich weiß nicht mehr genau was es war. Und ja, eine sehr traurige Geschichte. Und hier ist, das ist ja echt krass, hier liegt einfach mal nebendran so Truman Capote. Beloved Friend, Twent Council, kenne ich es nicht. Ja, wow. Irgendwie, da ist der Marauder mal kurz sprachlos. Krass. Vor dem Grab von Heather Rook. Direkt nebendran. Truman Capote. Ich liebe, dass man in Amerika scheinbar auf die Gräber schreiben darf, was man will. Hier liegt Savidon Cochran, Loved Forever. Den kenne ich nicht. Und da steht, Marilyn is around the corner. Das Grab von Marilyn ist um die Ecke. Denn ich suche es tatsächlich. Und dieses Grab, das ich nicht kenne, hilft mir gerade es zu finden. Also, ich glaube, only in Amerika. Sanctuary of Tranquility. Ich wusste tatsächlich nicht, dass Marilyn Monroe, der Heckneber, you have not need. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Aber hier ist das Grab von, hier ist das Grab, keiner von uns wusste das. Hier ist das Grab von Marilyn Monroe. Und natürlich mit frischem Blumen. Und Coins sind hier. Und Lippenstift? Finde ich jetzt ein bisschen makaber. Sogar ich. Ich werde das Grab jetzt nicht küssten. Aber hier ist Marilyn Monroe. Okay, hier liegt Dean Martin. Einer vom Rat Pack natürlich bekannt. Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin. Ein großer Entertainer. Und hier steht Everybody Loves Somebody Sometimes. War das nicht so gut? Er liegt hier nicht weit entfernt von Marilyn Monroe. Das hier ist alles relativ überschaulich. Und ja, Dean Martin. Hätte ich so Lebzeiten auch gern mal gesehen. Aber geht jetzt hier nur ein Tod. Und hier sind schon wieder am Lippenstiftabdrücke. Also das, was ich hier mache, ist ja schon makaber. Und ich kann auch verstehen, wenn das viele vielleicht als strange empfinden. Aber ein bisschen horchlerisch. Ich finde es dann doch, das Grab zu küssen, ein bisschen arg. A little bit too much. Ich versuche, das hier alles schon respektvoll zu machen. Aber das Grab küssen oder bei Marilyn irgendwelche Briefe ins Grab zu schieben, weiß nicht. Hier haben wir Kirk Douglas, Vater von Michael Douglas. Eric Douglas ist dann wahrscheinlich der Bruder von Michael Douglas. Und Anne Douglas, Spartacus natürlich, bekannter Schauspieler. Der ist, ich glaube, er ist über 100 geworden. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. 99 oder 100 müsste der gewesen sein. Hier ist ein abgesperrter Raum, da weiß ich nicht genau, wer dahinter liegt. Ich sehe einen Morten, da gehen wir natürlich nicht drauf. Aber hier ist es so schön friedlich und es plätschert so schön. Hier ist ein Grab frei. Ich will gar nicht wissen, was das Grab allein wahrscheinlich kostet, hier zu kaufen. Direkt neben Walter Matthau, den ich auch sehr gern gesehen habe. Sagt mir jetzt einen Film mit dem. Dennis. Der ist schon was? Walter Matthau ist schon 23 Jahre tot? Alter Schwede. Mickey, ist das Mickey Rooney? Das ist auf jeden Fall nicht Mickey Mann. Ich glaube, das müsste Mickey Rooney sein. Unglaublich, wie viele Prominente jetzt hier nebeneinander leben. Young, den kenne ich nicht. Ob hier wohl Elvis liegt? Nein. Und Steven ist noch nicht tot. Hier liegt Farrah Fawcett. Einer der drei Original-Charlie's Angel. Ziemlich unspektakuläres Grab. Rodney Dangerfield. Das war ein Comedian. Ich glaube, da haben viele Sitcoms mitgemacht. Der Goes the Neighborhood steht auf seinem Grab stand. Ich glaube, das war ein Spruch von irgendeinem seiner Charakter. Oder von ihm selbst. Und hier liegt Dominic dann ebenfalls bekannt aus Poltergeist. Die Geschichte macht mich immer traurig, wenn ich darüber lege. So ein trauriger True Grandpa. Und Heather Rook liegt im Grunde einfach hier vorne. So nah beieinander. Beide wurden nicht sehr alt. Stimmt ja, Dominic dann ist direkt nach Poltergeist-Dreharbeit im Grunde gestorben. Ja, sehr, sehr traurig, die Geschichte. Okay, ein Grab, was ich unbedingt sehen wollte, ist das von Natalie Wood. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum das steht vorübergehend geschlossen, während der Friedhof hier auf hat. Aber laut meiner Karte und laut allen Karten, die ich finden konnte, liegt das Grab eigentlich hier. Aber es ist nicht da. Also nehme ich stark an, dass der, keine Ahnung, hier sind manche Gräber eingesackt. Vielleicht wird der Grabstein überarbeitet. Oder ich weiß nicht, was der Grund ist. Ich glaube, sie ist irgendwo hier. Und ich glaube, ich bin gerade über sie drüber gelaufen, was ich jetzt hier auch nicht überlegen wollte. Ja, also hier müsste Natalie Wood liegen. Okay, nein, ich war einfach am falschen Ort. Hier ist das Grab von Natalie Wood. Gelobt, Daughter, Sister, Wife, Mother, Friend. Ja, die ist auch sehr tragisch gestorben. Ertrunken. Ihr größte Angst war es, zu ertrinken. Ihre Todesumstände immer noch ungeklärt. Und ihr Ehemann, Robert Wagner, unsicher, was da passiert ist. Ja, auch eine interessante Geschichte. Vielleicht mache ich irgendwo mal ein Video darüber. Bekannt natürlich aus vielen, aber besonders natürlich als weibliche Hauptrollein. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Warum da eben bei Google Maps steht, war übergegend geschlossen, weiß ich dann bis heute nicht. Also wir sind jetzt wieder auf einem Friedhof und der ist etwas weitläufiger als der Friedhof, den wir gestern besucht haben, Westwood. Wir sind jetzt am Forest Lawn Memorial Friedhof. Glendale, ganz in der Nähe sind die ganzen Studios. Da sind wir gerade vorbeigefahren. Paramount. Paramount? Nee, Warner Brothers. Ach, ganz viele Filmstudios. Und das hier ist ein Friedhofstadt. Hier kannst du überall langfahren auf diesem Friedhof. Das ist so, hier ist unser gutes Mietauto, das hat das gute Ding zu leisten. Hier ist es so weitläufig. Ich dachte eigentlich, ich könnte da locker lang laufen über den Friedhof und die berühmten Gräber besuchen. Aber nein. Wie ihr seht, vollkommen unmöglich. Wir besuchen jetzt ein paar Metal-Leute, die tot sind. Also das ist, jetzt muss ich gestehen, mit Abstand der beeindruckendste Friedhof, den ich bis jetzt gesehen habe. Der war eigentlich, was steht da? Halloween? Ja, man darf hier auch nur frische Blumen auf die Gräber legen. Ich besuche so viele Gräber, dass ich keine Blumen mitgenommen habe. Wow, das ist wirklich ziemlich cool. Also Paris-Père-Légée ist noch ein bisschen besser, aber das hier ist schon ziemlich cool. Und da vorne ist, Gott, wie immer, die kalifornische Sonne brennt hier noch viel mehr. Wir sind hier ein bisschen höher gelegen und heute sind es wieder über 30 Grad. Oder nein, heute sind es nur 30 Grad. Wow. Ja, ich bin gefühlt diesen Sommer 2023. Juli, August, September war in Deutschland zu heiß und im Oktober sind wir jetzt hierher geflogen für 10 Tage. Ich komme aus dem Sommer nicht mehr raus. Dabei mag ich doch überhaupt gar nicht, die Sommer. So, wir suchen jetzt das Grab des Ästen. Und ich begleite euch mal. Mal gucken, ob ich ihn finde. Ich habe gut im Lapson. Das ist natürlich alles. Wow. Oh, Jesus Christ. Das sieht ja echt cool aus hier. Okay, doch, ich stand direkt davor. Ich hätte nicht gedacht, dass es so riesig ist. The Man on the Silver Mountain. Ronny James Dio. Mein liebster Metal-Interpret, Künstler, wie auch immer. Ja. Ronny James Dio war coole Socke. Hat echt toll gesungen. Und meine Güte. Das ist ein ganz schönes, pompöses Grab, muss ich sagen. Und ich auch, again, wie bei... Ach, das finde ich natürlich cool. Magic, Leute. Genau wie bei Marilyn Monroe. Scheinbar ist es Tradition, dieses Grab zu küssen. Dies werde ich nicht tun. Alter, Brenntedit. Ja, ziemlich pompös. Cooler Mann. Cooles Grab, muss ich sagen. Auch wenn es ein bisschen zu groß ist. Ronny James Dio, von dem ich mir übrigens hier vor ein paar Tagen in Hollywood im Funko-Pop-Store einen Funko-Pop gekauft habe. Ah, hier ist die zweite Metal-Person, sag ich mal. Lemmy Ian Frazier Kilnister von Motorhead. Richtig? Richtig. Hier steht natürlich Jackie, Aces und noch mehr. Voll cool. Und was mir gerade auffällt, ist, dass Lemmy und Ronny James Dio im Grunde direkt sich angucken, nebeneinander sind. Nur Ronnys Grab ist etwas pöser geraten, als das von gutem Lemmy. Und wieder zufällig laufe ich an dem Grab von Liberace vorbei, der jetzt hier in Deutschland glaube ich nicht so bekannt ist. Und ja, Entertainment, Entertainment hier, Arte, einfach mal hier so, by the roadside. Okay, nächste Sektion, über einen Kilometer entfernt vom Grab von James und Lemmy, ist jetzt ein weiterer Abschnitt, wo uns zwei Persönlichkeiten liegen, die ich gerne besuchen möchte. Und wieder geht's los, die Sucherei. Also das ist ja wirklich, also der Begriff Friedhofstadt trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Das ist so fucking weitläufig. Ich weiß nicht, wie viele Quadratkümmittel dieser Friedhof hat, aber es müssen einige sein. Und ich habe das erste gefunden, während hier ein Kupenschrauber hier langkreist. Jesus Christ, was machen die denn? Ich glaube, die tun den Wald bewässern tatsächlich. What a sight, kann man das sehen? Krasser Scheiße. Die Waldbrandgefahr ist hier in der Gegend immer recht hoch. Und die bewässern einfach mal, es ist hier cool. Okay, hier ist ein Telly Savalas. Ich habe früher mit meinem Vater zusammen, eine der wenigen Erinnerungen, die ich mit meinem Vater habe, oder wie ein Cojack geguckt, in den 80er, 70er Jahre Krimis. Und ich fand Telly Savalas, Telly Aristoteles, eigentlich immer sehr cool. Und der ist schon seit 1994 tot. Hier liegt wahrscheinlich seine Frau. Catherine Savalas, sehr kunstig. Und noch eine Frau? Ich weiß es nicht genau. Aber das hier ist das Grab von Telly Savalas. Der Glatzkopf aus Cojack. Wahrscheinlich kennen viele von euch hier nicht mehr, aber ich finde ihn sehr cool. Schauspieler Comedian, eine Legende. Und zwar Stan Laurel von Dick & Dove. Und während ich hier langlaufe, genieße ich einfach nur hier diese Ruhe. Obwohl hier viele Touristen wie ich rumlaufen. Aber diese Atmosphäre hier ist ganz anders als auf dem Forest Lawn. Nicht das, bin ich ja gerade. Also auf dem Westwood Friedhof, wo ich letztens war. Es ist doch irgendwie alles friedlicher und ja, war schön. Wenn es nicht so heiß wäre, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Und da habe ich es auch schon mal gefunden. Das Grab von Stan Laurel. A master of comedy is genius in the art of whom a broad gladness to the whole world. Zeit 1965 liegt der gute Journalist. Das ist ziemlich lang. Ich weiß nicht, wo sein Partner begraben liegt. Aber ich glaube nicht in der Stadt Los Angeles. Also ich habe keine Ahnung, wo Oliver Hardy liegt. Aber ich muss sagen, dass egal, wo ich mich hier hindrehe auf dem Friedhof. Wir sind übrigens recht viele Touristen, was ja gut, nicht verwunderlich ist. Egal, wo ich mich hier hindrehe bei diesem Friedhof. Einfach egal. Absolut beeindruckend hier. Mit dieser Aussicht, ja, da kann man in Frieden ruhen. Aber irgendwie von all den Gräbern ist das so ein. Egal, Monroe ist das Grab, wo mich irgendwie ein bisschen berührt hat. Kann man sagen. Und das nächste Grab, welch ich gefunden habe. Krass hier. Das wollte ich unbedingt sehen. Oh, Marlene Collins. Und Mäuse. John S. Retabler. Brothers, son and friend. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Von dem Bits. Ein cooler Schauspieler, natürlich bekannt aus Herzbube mit zwei Damen und vielen anderen Sitcoms und auch Fernsehfilmen. Zartransporten war es, glaube ich. Ach, verschiedene. In Buffy hat er in einer Folge mitgespielt, die ich sehr lustig finde. Und generell fand ich John Ritter einen tollen Schauspieler und habe ihn sehr gemocht. Ich glaube, in Chucky, Chucky Sprout hat er auch mitgemacht. Und der ist ja ziemlich überraschend, während der Dreharbeiten zu einer Sitcom gestorben. Ich glaube an einem. Neurisma, aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Meine Mutter mochte ihn auch sehr. Und ja, was er mit den Coins hier auf sich hat, weiß ich nicht, aber cool. John Ritter. Eigentlich wollte ich noch zum Grab von Paul Walker, das eigentlich nicht mehr ist, aber da sitzen drei Fans vor dem Grab. Und deswegen habe ich gedacht, das ist ein Bentley, okay. Deswegen habe ich mir mal gedacht, dass ich das lasse. Aber einen Grab möchte ich noch besuchen und das ist wieder am anderen Ende von diesem Friedhof. Um nochmal das Bild zu verdeutlichen, dass das Wort Friedhofstadt hier passend ist, hier. Hier gibt es eigene Security, hier gibt es eigene Blumenverkäufe, hier kannst du überall mit dem Auto hinfahren, auf breiten Straßen. Hier, das ist keine normale Straße, das ist alles nur Friedhof, das ist lustig. Und ich suche jetzt einen der bekanntesten deutschen Regisseure, und zwar Fritz Loh. Der ist ja nach Hollywood ausgewandert, nachdem die Nazis Deutschland eingenommen haben, sozusagen, und an die Macht gekommen sind, und hat den Rest seines Lebens hier verbracht und ist hier auch begraben. Metropolis ist ein toller Film, und ich suche jetzt das Grab von Fritz Lang, was irgendwo hier sein sollte. Mal gucken. Und hier ist es tatsächlich, Fritz Lang, Born, Vienna, Dezember 1598, gestorben in Hollywood am 2. August 1976. Und hier seine Frau, nämlich mal Lili L. Lang, in Berlin geboren und in Los Angeles 1984 gestorben. Wow, so eine berühmte Persönlichkeit, für mich eine der größten Film aller Zeiten gedreht. Und das ist ein Grab hier, mitten auf der Kreuzung am Eingang, an der viel befahrenden Straße. Da drüben ein Verkäufer für Blumen. Ja, schon krass. Also dieses Grab ist auch für mich sehr, das ist tatsächlich bewegend. Es ist wirklich bewegend und, ja, Fritz Lang, unfassbar. So, der Tag, neuer Friedhof. Und jetzt befinden wir uns auf dem tatsächlich coolen, schönen Friedhof Hollywood Forever. Ganz in der Nähe von, sieh jetzt, das Hollywood-Zeichen, ach du Scheiße. Ganz in der Nähe von, oh. So, ich stehe hier bei Chris Cornell, das ist reiner Zufall. Voice of our generation and an artist of for all time. Chris Cornell. Ja, ich blende die Band ein, ich habe es vergessen. Aber ich glaube, er hat es selbst noch begangen, was sehr traurig ist. Und er ist direkt neben Johnny Ramone. Und wir parken hier eigentlich aus einem anderen Grund, das ist total interessant. Ich will eigentlich zu Anton Yeltsin, der traurigerweise mit 27 Jahren gestorben ist, der Chekhov in den neuen Star Trek Filmen gespielt hat. Harrison, George Haynes. George Harrison? Okay, ich wollte mir eigentlich jetzt nur diese Statue mal angucken von Mama Irene. Ach du Scheiße. Also sowas sieht man tatsächlich auch nur in Hollywood. hier auf diesem Friedhof, der sehr bekannt ist. Hier ist das Piknik machen wohl absolut normal. Und hier finden auch ab und zu im Jahr Kino-Vorstellungen statt. Die machen da irgendwo dann so Mausoleumwand, einfach ein Kino. Und wer ist hier? What the fuck? Also, das gibt es wirklich nur in Hollywood. Oh, das ist Anton Yeltsin. Ach du heilige Makrel. Ich dachte, er hat ein kleines Grab. Do not climb. Okay. Wer die Geschichte nicht kennt, er wurde von seinem eigenen Auto überrollt, weil ich glaube, die Handbremse einen Fehler hatte. Die ganzen Autos hatten diesen Serienfehler. Oder der Parkmodus. Oder wurde er überrollt, was sehr dramatisch war. Und, aber, ach du Scheiße. Und was ist jetzt? Cast by Marvin Page. Entered into Heaven 2020. Okay, also das ist eine Reizüberflutung. Das kannst du dir nicht vorstellen hier. Aber es ist unfucking fassbar schön mit dem Hollywood-Sign. Ich weiß nicht, wer hier in der Mitte ist. Michael Jackson? Could be. Also ich mache jetzt einen Scherz, aber es könnte tatsächlich sein. Mich würde hier nichts überraschen. Äh, ja. Und ich dachte, das Grab von Ronny James Dio wäre etwas pompös. Nein. Das von Anton Jelchen ist ein bisschen mind-blowing. Also muss ich ehrlich sagen, das ist Wahnsinn. Obwohl ich tatsächlich geguckt habe, ob jetzt in der Zeit, wo wir in L.A. sind, eine Veranstaltung ist, wo man hier Kino gucken kann. Die ist leider nicht. Die ist ein paar Tage später. Wo wir schon wieder in Deutschland surfen. Also. Ein schöner Schwarm. Äh, ich weiß nicht, was ich von diesem Friedhof halten soll. Er ist cool. Äh, und total crazy. Ja, und pompöser geht es immer. Das hier ist Johnny Ramon. Ja. Ich finde lustig, im Todzimmer in den Konten eh alle gleich. Aber manche versuchen wohl auch nur im Tod ein bisschen her auszustecken. Äh, und hier, ach, das ist unfassbar hier. Das ist wie, wie die ganze Stadt. Ähm, äh, Roman Filmdirektor, Eierkopf kenne ich leider nicht, aber die Kamera direkt auf mich gerechnet. Das hier ist wirklich wie Hollywood. So ein bisschen Freakshow, Entertainment und überwältigend. Äh, und dann Swayze. Aber jetzt nicht Patrick, oder? Hier laufen zwei, das ist die Mehrfahrtzeitung V, Feuer. Hier laufen Peacocks rum. Hier mitten am Friedhof, ja. Und hier könnte ich auf jeden Fall auch eine Hornmitte drängen, aber ich suche das Grab von Judy Garland, bekannt aus der Zauber von Oz. Tolle Schauspielerin. Traueriges Leben. Und ich muss sagen, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen beklemmend hier. Jesus Christ. Irgendwo hier ist es. Ja, und Google Maps. Ohne Google Maps und der Seite Fight and Cry hätte ich übrigens nichts gefunden. Ähm, wir schauen mal da, wo vielleicht ein paar frische Blumen sind. Und da bin ich bei einer dran vorbeigegangen, obwohl man das gar nicht mehr sehen kann. Hier ist es. Und ist sogar mit einem Gästebuch-Eintrag. Judy Garland, I come to you smiling through the years. Tune, Tens, 1922 bis 1960. Wow. Wow. Aber auch wenn man sich hier umguckt, hier sind so viele persönliche Sachen. Oh, da ja. Also, das ist alles bedrückend. Also, hier sind sogar Sitze, wo man sich hinsetzen kann. Und hängt es in der Teilsach. Das ist ja ganz gut. Ähm, ja, beeindruckend. Kamera bewacht, natürlich. Ähm, hier liegt wohl auch ein Hund. Isaac Pete Cook. Und hier sind was ist das? Eine Immobilie auf der Tilly Garland? Das ist James Davis. Okay, ich weiß nicht, was der damit zu tun hat. Wahrscheinlich nichts. Ich will nicht wissen, was hier so eine Nische kostet. Und what ist also schon sie ist der Dance Doktor. Okay. Ich bin bereits überflutet. Ja. Beeindruckend.